Du bist ja schon da. Wartest du schon lange? Nein, nur zwei Tassen Kaffee. Heute bist du nur 30 Minuten zu spät. Das geht ja noch. Normalerweise sind es 60 Minuten. Du wirst immer pünktlicher. Liegt bestimmt an deiner Schweizer Uhr. Es tut mir leid. Wenigstens nimmst du es mit Humor. Schwamm drüber. Es ist halb so wild. So, genug der langen Rede. Setz dich endlich hin. Ach, endlich sitzen. Heute werde ich mich ausruhen. Was willst du trinken? Nimmst du auch einen Kaffee? Er hat deine Tasche genommen. Hilfe! Ein Dieb! Haltet den Dieb! Wir müssen ihn fangen. Los! Wir laufen ihm hinterher. Wo ist er hin? Siehst du ihn? Dort hinten ist er. Lauf schneller! Ich sehe ihn nicht mehr. Mist! Er ist uns entwischt. Er muss hier irgendwo sein. Er kann nicht verschwunden sein. Er war sehr schlank. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Ich sehe ihn. Er hat sich dort versteckt. Mist! Er hat uns gesehen. Wir dürfen nicht schlapp machen. Wir müssen schneller rennen. Er ist rechts abgebogen. Wir werden ihn kriegen. Ich habe nur einen Jogger gesehen. Einen jungen Mann mit schwarzem T-Shirt. Das war kein Jogger. Er ist links abgebogen. Er ist dort links abgebogen. Viel Glück! Danke! Das werden wir brauchen. Er rennt sehr schnell. Aber wir geben nicht auf. Zuerst fangen wir ihn. Dann rufen wir die Polizei. Wieso erst danach? Die Polizei kann uns helfen. Du hast recht. Wir rufen sofort an. Hallo? Ist dort die Polizei? Wir verfolgen einen Dieb. Wir verfolgen einen Dieb. Wo sind sie? Wie sieht er aus? Wir sind in der Nähe des Bahnhofs. Wir sind in zwei Minuten da. Sag ihnen, wie er aussieht. Sag ihnen, wie er aussieht. Beschreib seine Kleidung. Er ist schlank und groß. Er trägt ein schwarzes T-Shirt. Wir machen uns auf den Weg. Verlieren sie ihn nicht aus den Augen. Die Polizisten fahren jetzt los. Sie kommen gleich. Ich brauche eine Verschnaufpause. Ich kann nicht mehr. Nein, lauf weiter. Halte noch kurz durch. Ich muss mehr Sport treiben. Mir geht gleich die Puste aus. Ich hab es dir immer gesagt. Du isst zu viele Süßigkeiten. Dort ist der Dieb. Und dort ist der Bahnhof. gleich haben wir ihn. Er rennt zu den Gleisen. Dort ist die Polizei. Jetzt kann er nicht mehr entkommen. Wir haben es geschafft. Jetzt bekommst du deine Tasche wieder. Jetzt bekommst du deine Tasche wieder. Wir haben ihre Tasche gefunden. Die Tasche war leer. Ja, ich weiß. Was? Deine Tasche war leer? Warum sind wir ihm dann hinterher gerannt? Es ging mir ums Prinzip. Ums Prinzip? Ums Prinzip? Ja, Diebstahl darf sich nicht lohnen. Ja, Diebstahl darf sich nicht lohnen. Ich weiß nicht. Das ist ein Problem.